So, da sind wir euch schon wieder. Das ist nichts, aber dieses Mal irgendwie anders. Ja. Aber. Aber. Hm. Aufpassen, dass wir nicht hier runtersegeln. Tagsüber spielten Jessamine und ich im Tower, doch nachts musste ich zurück zu den Bediensteten, zu Kakerlaken und Haferschleim. Mein lieber Kaiservater sagte, wenn ich brav wäre, würde er mich im nächsten Jahr als Prinzessin an den Hof holen. Und dann brach Jessamine eines Tages etwas sehr Wertvolles entzwei und der Meisterspion erwischte uns. Sie beschuldigte mich und er peitschte mich im Gartenhaus blutig. Meine Mutter verlor ihren Posten in der Küche und so mussten wir die Nacht auf der Straße verbringen. Ich hab nichts kaputt gemacht. Wir haben nur gespielt. Sie war's. Sie hat's kaputt gemacht. Hi. Hi. Sie starb schnell durch eine Mörderklinge. Doch Mutter musste lange leiden, nachdem ein Wachmann ihr den Kiefer gebrochen hatte. Nach ihrem Tod warfen sie mich raus. Ich blickte hoch zum Dunwall Tower und schwor Rache. Ich war Waschfrau in einem Bordell und malte nebenbei, bis Anton Sokolow mich als Studentin aufnahm, um es nett zu formulieren. Ich war listenreich schon bevor der Outsider mich zeichnete und überlebte die schlimmsten Dinge. Und jetzt du. Meine Mutter ist krank. Sie braucht Hilfe. Meine Mutter ist krepiert, als du betteln warst. Sie ist nur noch ein Haufen Knochen, Mädchen. Was? Nein. Die Strafe ist abgesessen und sie wird mit den anderen ausgeworfen. Kannst dir nicht länger bleiben. Nur schwer zu sagen, ob meine liebe alte Tante die Wahrheit sagt. Sag sie uns die Wahrheit oder sagt sie uns nicht die Wahrheit? Als ich jung war, hat die Verschwörung der Kaisertreuen, die mich verschleppt hat, auch Anton Sokolow geholt. Sie haben ihn in den Pub gebracht und in einen Hundekäfig gesperrt. Und wissen Sie was? Sokolow hat sie ausgelacht. Er hat mir viel beigebracht und lustige Geschichten erzählt. Er schien unsterblich. Sein Geist hat unsere Zeit geprägt. Das ist jetzt anders. Der Alte spricht nicht viel. Er isst, was er bekommt. Stöhnt im Schlaf, hustet Blut. Ich dachte, er könnte mir das Geheimnis für den Sieg über Delilah und zur Rettung des Kaiserreichs verraten. Aber er scheint nicht mal zu wissen, wo er ist. Jo. Er is halt alt und senil. Es ist halt packt. Da kannst du halt... Sogar nichts könnte ich nur mehr tun. Mutter, das war kein Traum, oder? Bin ich an Delilahs Verbitterung schuld? Nein, sie hat den Startstreich eingefädelt. Unsere Entscheidungen haben Folgen. Meine Zeit geht zu Ende. Schon bald. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Es ist jetzt nur halt wieder viel zu früh. Für einen Mann seines Alters macht Sokolov größere Fortschritte, als ich erwartet hätte. Da sind sie ja, Emily. Ich... Wie gut, dass sie noch unter uns weilen. Danke für ihre Hilfe. Sokolov ist nicht der Einzige, der sich schnell erholt. Ich werde bald aufbrechen. Es gibt viel zu tun. Wenn der Herzog nicht gestürzt wird, waren alle meine Mühen hier umsonst. Dann müssen wir zusehen, dass Herzog Luca Abele nicht länger als vorgesehen bleibt. Kanakas wichtigste Anführer sind nicht fehlerfrei, ja. Nachdem das mit dem Herzog geklärt und die Zeit des Staatsstreichs vorbei ist, könnten sich alle zusammentun und die Dinge verändern. Denken Sie daran, wenn Sie den übrig gebliebenen Leuten des Herzogs gegenüberstehen. Ihre Gedanken hierzu weiß ich zu schätzen, Alexandria. Voller Discolichter. Ja, ja. Ja. Dann reden wir mal. Dann reden wir mal. Ich habe vieles gesehen. Jindosh hatte eine häufige Besucherin, Brianna Ashworth. Die Verwaltterin des Kaiserlichen Konservatoriums. Ja, Ashworth ist gefährlich und wie Delilah besessen vom Okkulten. Sie soll an einem Gerät namens Orakulum arbeiten. In ihr steckt mehr als sie denken. Wenn Ashworth zu Delilah gehört, muss ich sie töten. Er weiß, wozu dieses Gerät imstande ist oder was sie vorhat. Okay. 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 www.hansgrohe-hansgrohe-hansgrohe Wir nehmen das Beiboot. Ich will mit der Dreadful Whale nicht näher ran als notwendig. Es gibt einen kleinen Anleger in den Syria-Gärten in der Nähe des Konservatoriums. Dahin kann ich sie bringen. Sind sie bereit? Ja, gehen wir. Das ist so meine absolut gar nicht Lieblingsstelle in diesem Game, ey. Weil die sind echt eklig, diese Hexen, diese... Die sind so unangenehm. Das dachte ich mir. Ashworth ist sehr wichtig für Delilah. Das bringt mich auf was anderes. Sie könnten den Jedermannsorden ausnutzen, indem Sie Ashworth aus dem Spiel nehmen. Der Vizeaufseher in Kanake hat Ashworth beobachtet, von einem versteckten Außenposten beim Kaiserlichen Konservatorium. Sehen Sie zuerst dort nach, wenn Sie mehr wissen wollen. Wenn Sie noch mit Delilah zusammenarbeitet, ist Ashworth eine große Bedrohung. Gut, Megan. Bis bald. Was wollen wir nehmen? Wohlzeit! 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 Ich werde das Holz aus dem Land kaufen, was man hier besucht hat. Nee, die Schürscher, der sich. Also gibt sie das Holz, das sie. Oh mein Mann, überlegen wir dich hier ganz rein. Piraten-Betty. Hab ich das? Gucken wir mal. Ich denke drüber nach. Nein. Auch mal die Tresorkombination. Ausgezeichnete Wahl. Ah, ich bin bereit. Leben Sie wohl und ver- Kräfte. Da fällt ich jetzt gerne um. Gessen Sie uns nicht. In dieser harten Welt bist du allein. Ich freue mich daraus, meine Wege verwöhnt. Hä? Wer hat die Tür aufgemacht? Vielleicht nicht. Vielleicht nicht. Krass. Die Luft ist reines Gift. Oh, da war aber jetzt bloß gelaufen. Na? So. Mal gucken. Ich meine, das war hier. Ich meine, das war hier. Ich meine, das war hier. Super klingt. Ich meine, das war hier. Wollt ihr so? Machaut mich. Was ist das? der technische offizier meinte da wäre alles in ordnung angesehen und dann die windmühle geprüft alles okay warum gestern war der wind so stark dass ich da ich hab's auch gesehen aber wahlöl ist teuer und die tanks laufen leer der wind ist unberechenbar aber das ist besser als eine gruppe heuler die durch die kontrollpunkte stürmt und uns ersticht sobald es weniger schlaf bedeutet schicken Ich bin nicht freundlich auf den Monat der Netze. Frisch gepflegt ist doch am besten. Wir gehen außen rum. Einfach... Mal gucken, wo die Rune ist. Ja. Ah, hier sind ein paar fein. Nur eine. Heulen, blödsinn. Da fang die Gegner an zu heulen. Kein Bock, mich davon trassen. So. Einmal hier ohne Rune. Sonst war ja nichts. Ich glaube nicht. Schau dich an. Du gehst in dieser zitternden Stadt deinen Weg. Brianna Ashworth wäre als Mitglied der heiße Zeit unglücklich gewesen. Gezwungen, einen Banker zu heiraten. Gezwungen. Nur dann wirklich frei, wenn sie sich auf Bellen betrannt und heimlich mit Fremden traf. Geendet hätte es mit einer Scheinheer und einem Schwung ins eiskalte Wasser. Doch, kurz bevor ihre Eltern sie verheiraten konnten, vor all den Jahren, fand sie stattdessen Delilah. Danach wurde es ziemlich turbulent. Und sie schaute nie zurück. Ja. Vielleicht auch nicht. Ich gucke mal, ob ich irgendwie was machen kann hier, Doppelgänger, Doppelgänger wäre halt gut, aber dafür fehlt uns eine Rune. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen sparen. Wir sind ja eh schon praktisch da, wo wir sein wollen. Karnaka, mein Karnaka, Brüder und Schwestern meines Blutes und all die kleinen Leute, die diese großartige Stadt ablaufen, hier spricht der Herrschung, aber meine Stimme kennen sie bestimmt. Eine neue Kaiserin sitzt auf dem Thron in Dunwall. Unsere rechtmäßige Herrscherin, Delilah Colvin, die erste ihres Namens, möge sie ewig herrschen. Es gibt Verräter, die ihren Anspruch infrage stellen. Morley und Tybia, illoyale Nationen aus dem kalten, düsteren Norden. Wenn sie Krieg wollen, sollen sie ihn bekommen. Ganz gleich, wie viele von ihnen ich opfern muss, Serkonos kämpft für Delilah bis zum bitteren Ende. Wo ist er hinten rüber? Er muss da hinten rüber. Wo ist er hinten rüber? Muss dahinten rüber. Wie machen wir das am besten? Ähm... Ähm... Was ist denn das? Ja... Ja, 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 ja. Ah, 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 ah. Also, mancher will der nicht, ne? So, das ist... ...und bisschen Kacke. Okay, da muss man das jetzt mal irgendwo machen, tut mir leid. ja ich sehe es überhaupt getroffen ich frage mich wer das war hallo dann machen wir mal ein telepon hallo ist da wer nein muss ich dich jetzt suchen kommen nein ich habe keine zeit für sowas was da oben ist ein fenster und da will ich rein problem ist ich komm ich suche mit dir ich frage mich warum das zack mal nicht mehr geht da ist scheiße ich muss da hinten hin ich muss da hinten hin ich muss da hinten hin und friseur werden sollen von der anderen seite kommen wir nicht rein hier weg da hinten verdammt was war das oh mein gott ne diesmal nicht aber hier muss ich aufpassen glaube ich hier war irgendwie was gewesen ich werde mal noch was das ich ver ich da alles im wir werden uns wir sagen weiß an Oder hab ich schon mal vorbeigelaufen wenn du? Zuhause ist halt mit allen Versorgern. Oh praktisch die Nebenaufgabe auch geschafft. Ich bin hier. Ich bin hier. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Das Kaiserliche Konservatorium. Was verbergen diese Gemäuer? Einiges. Hier kannst du auch noch mal kurz sammeln. Oh. 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 Die wollen wir schon mal? Da bin ich schon mal hier noch. Warumleri? Was muss das denn mit den Menschen gemacht haben? ne? Ist ja heftig. So. Ja schon. Ich muss jetzt nur nochmal. Okay, aber das werden wir in der nächsten Folge herausfinden, würde ich sagen, oder? Komm da dran, das weiß ich nicht. Na, egal. Ah, das nehmen wir auch nochmal, perfekt. Gut. Dann würde ich mal ganz sagen, entspannt, bis zur nächsten Folge. Und tschüssi, Kosti, Danilanski, Schüsseldorf und haut da rein. Tschüssi.